Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdom. Viel Spaß. Und da sind wir schon. Geht doch. Und was ist jetzt hier los? Was Neues? Okay. Okay. Nein. immer noch wo ist der rote punkt? da 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 war der aber der letzte kiste na weg ist er, den lassen wir da uuuuuhhh weia 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 weia, was ist das für dann gehen wir erstmal rein ich will doch das nicht verschieben, ich wollte das ist nur los heute hier anspruchen so ein bisschen träge das spiel heute ich brauch mehr gold dauert 11 minuten ok ausbilden 2 stunden ausbilden 2 stunden 1 stunden 40 und auch 2 stunden rekrutieren öffnen öffnen so beanspruchen perfekt jetzt erforschen dann erforschen nochmal das geht nicht, oder? akademie auf 10 ich muss erstmal die hier fertig machen oh, ich bin noch in der Gilde der mich nicht rausgeschmissen das ist doch mal nett kampagne 41 soll ich die mal weiterspielen? so so, Alex eingesammelt wo da ist der eine da ist zum 4 7 als komm 7 oder komm n jetzt hier nach auch Ja? Da fühlst du ja nicht einhalten. Das werde ich nicht packen. Er wird sie nicht mit. Sie haben nicht geändert. Ich außer dich. Wir kommen auf den Weg nach dem Weg! Sie werden das nicht möglich. Ich hätte das alles machen müssen. Ich hätte den angreifen müssen, den nur anlaufen und dann weglaufen. Das wäre besser gewesen. Ich hätte den angreifen müssen. Ich hätte den angreifen müssen. Ich hätte den angreifen müssen. Ein Stern. Nur ein Stern. Gleich noch mal probieren. Er scheint anscheinend doch der stärkste sein, oder? 13.500. 11.500. Wir machen das erst doch anders. Ja. Ja. Wir wollen das erst mal brechen. Zwei Herausforderungen brauche ich. Okay. Was soll ich sowieso verlieren? Ach. Kein Trinken hier. So ein bisschen. Ja. Oh, ich habe gewonnen. Boah. Das gewinne ich locker. Naja. Knapp dran. Knapp dran. Stiftchen hier. Erst mal die hier alle öffnen. Die alle öffnen. Die alle öffnen. Und die Truhe öffnen. bis jetzt 10 ich brauche 30 nach dann dauert noch ein bisschen die öffnen die öffnen und das war es auch schon kristall schlüsse aber macht ach ist ja meine gilde ist mir nicht rausgeschmissen so was von intelligent kommandeur wir sind doch stärker warum kann ich mit ihnen nicht spielen? ha keine ahnung oh zweit, zweit, zweit jetzt kriege ich ja mal den hier und den hier nein da ich warte das schon auf 18 nein 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 Acht Talente. Verteidigung. Noch ein, ein Level noch. Los, komm. Nein, zurück. Talente. Ah, nein. Da muss ich drauf. Meine Güte. Kein Level mehr geschafft. Naja, egal. Er ist jetzt Level 18. Genau wie Cheshire. Aber die drei sind doch stärker. So. So. Dann. Da haben wir noch rote Punkte 13. Aber doch erst die ist erst. Vielleicht krieg ich ja noch mal irgendwo Geld oder EPs. Halt nicht. Hier nochmal. Ne. War nur Zeit für Kürzung. So ein Mist. Was haben wir denn noch hier? Wissige Baba noch auf der Karte. Ich brauche eine Level 9, Baba. Oh. 2, 2. Level 9. Zack. Ich muss erst Level 2, ne? Warum Level 2, ja? Ha. Ja. Das gibt's doch nicht. Werde zwei auf einmal wieder. Schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht. Dass er nicht mehr weiß, wo ich bin. Naja. Öffne Silberton. Vier Stück. Machen wir gleich. Probi am Schub. Haben wir genommen. Ein Holzschub? Habe ich nicht. Schade. Jetzt kann ich 9 greifen. Na dann. Na dann. Na dann. Machen wir das. Ein Steinschub. Habe ich auch nicht. Ach, Baba. Ich habe gar nichts mehr. Was habe ich da noch für einen Schub? Ähm, ja. Heißschub noch nicht Steinschub. Entsammel ich. Den habe ich. Okay, jetzt gehe ich mal kurz in die Basis rein. Meine Leute heilen. Ach, es geht schon wieder los. Nein. Vom Montag bis... Ach nee, gestern war gar nichts. Als es von Dienstag bis Samstag war. Ach ja. Habe ich schon. Ach, da fehlen noch 6 Leute. Na gut. Na gut. Na dann. Machen wir nochmal zurück. Ah, vergat. Wir suchen jetzt Babaden. Da steht, du hast bis 11 kann. Nehmen wir den 11. Äh, den 10er. Ja. Gut, dass keiner in dem Bereich ist. Kein anderer Babad. Sonst werden die mitkämpfe. Vor allem, wie gut können die schießen, ja. Da vorne sind die und die schießen noch. Hier Regen. So. Okay. Akademie. Gruß auf. Ich bleibe arbeite da ja eine Stunde. Okay, da okay. Kommandant, dann... ... ... ... ... ... ... ... Das war's? Das war's. Hätte ich? Nein! Was gibt's noch nicht? Ich muss mal kurz hier in den Supermarkt gucken. Ah, der ist geschlossen. Die Händlerin ist nicht da. Sieht aus wie meine Aktie. Ich bin kalt. Ähm... Überlegen. Bei Expedition gab's auch noch einen Händler. Ressourcenhändler. Schönlichkeit. Das kostet Diamanten. Ich will keine Diamanten bezahlen. Dann nehm ich. Wenig. Wenig. Bitch. Ich mache bei dem mal ein bisschen weniger. Ähm... Kommt wie nimmer die ganzen Armböcke weg. Was steht hier? Was steht hier? Oh, sie ist stärker wie... der einigen Ärzte. Was ist denn der? Und sie steht zurück. Warte mal. 11.500 Jahre. Und der war... Sie ist ja stärker. Ich sag, 22.000. 19.000. Er ist ja gar nicht sortiert nach der Stärke. Okay. Okay, die ist schwächer. Das war so. Das war so. So, die waren bei ihr Apotheken. Okay, ich denke, der letzte Kampf war. Dann mache ich hier aus. Schon wieder am Born hier. Ich bin der Marteau des Francs! 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 Beide leben noch! Zeit hat noch 16 Sekunden... das könnte knapp werden aber ich denke das schaffe ich ich habe noch in die zeit so ein ist naja egal ist ja auch schon aus ich werde mal sagen das war es für heute ich kann noch mal ein rekrutieren und mein täter verlassen das spiel und sagt geschützt zu schauen ich würde mich dabei seid ich da wünsche euch viel spaß viel spaß und auf Wiedersehen da ist mein Ticket schönes Ticket